Endlich sind wir wieder zurück. Das war ja ein Stunt, das nicht mehr Ärger gegangen ist beim letzten Mal. Puh. Ich muss mir das... Hallo. Ja, ich frage, es steht nur immer im Raum. Kann man hier richtig, richtig gescheit fischen? Also so richtig. Ich mein... Bremsen! Okay. Okay. Okay, bremsen habe ich nicht mehr als Wurscht. Wir sind zurück, wir sind heil wieder zurück. Ja, und wir sind in einem Stück wieder zurück. Das ist ja auch ganz schön. Die Taschen voll mit verschiedenen Nahrungsmitteln. Danke für den Tipp, dass wir hier verschiedene Nahrungsmittel essen sollten. Warum hier nicht gerade nachgeladen wird, ist mir so ein bisschen Rätsel, was ich gerade eigentlich nicht entschlüsseln kann, weil ich habe nichts geändert, aber vielleicht braucht es heute mal ein bisschen länger. Ja. Macht halt nichts. Können wir nicht ändern. Können wir nicht ändern. Ich habe trotzdem Lust, dass ich jetzt hier weiterspüle. Heute ist es wirklich ein bisschen komisch. Merke ich gerade. Nicht nur, dass es länger lädt, aber auch die FPS-Anzeige ist nicht 100% so, wie ich sie gerne hätte. Schade. Gut, kann man trotzdem jetzt erstmal nichts machen. Ich wüsste nicht, was ich da ändern sollte. Könnte. Täter. Egal. Ja, gehen wir wieder zurück. Das ist ja logisch. Wir werden hier nochmal unsere Nahrungsmittel sortieren. Und vielleicht ist in der Zwischenzeit, während wir da drüben waren, schon oben was gewachsen. Schaut halt nur extremst komisch aus. Alles egal, was du anschaust, da schaut alles noch extrem komisch aus. Aber ja, haben wir mal die Lammkeulen. Zum einen, Freunde, die Eisengeschichten nehmen wir mit. Da haben wir schon ziemlich viele. Die Steaks zum anderen. Dann haben wir noch Hühnchen. Ein bisschen hat es sich doch schon gelohnt. Also, das kann man nicht anders sagen. Hauen wir uns auch gleich eines rein. Wahnsinn, das hat uns ja richtig nach vorne gepusht. Da bin ich froh, dass ich die gefunden habe. Haben wir mal Brot irgendwo zwischendurch. Wenn wir mit den Abwechslungsreichen essen, das ist halt ein bisschen schwierig. Wenn man nicht weiß, wo man die ganzen Geschichten herkriegt, kannst du dich gerne abwechslungsreich ernähren. Aber wenn du nicht weißt, woher, dann ist es natürlich blöd. Wurscht. Egal. Bis jetzt sind wir ja verhungert. Wir sind jetzt eigentlich noch nie gelogen. Aber wir sind zumindest in letzter Zeit schon ewig nicht mehr verhungert. Das ist ja schon mal ein großer Fortschritt. Wo ist ihr dauernd herkommt? Flüchte. Du Mistviech. Oh. Ausgezirbt. Nice. Die ist eine Ruhe. Oh. Schaut schon langsam. Schaut schon ziemlich brauchbar aus da oben. Morgen wird hier oben das erste fertig werden. Ich weiß nicht, ob wir hier noch etwas optimieren könnten. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ob das schon das Nonplusultra ist? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber wir müssen halt auch hier noch an der Optik arbeiten. Das ist alles noch nicht wirklich perfekt. Oh, ist hier was fertig? Ah, noch nicht. Mensch, das Kinder. Hier wird ja nichts, wird ja hier fertig. Sollten wir uns einmal Brot backen vielleicht? Eventuell ein Brot hier. Könnten aber warten. Ah, ich habe einen Plan, Freunde. Ich habe einen Plan. So, hauen wir uns mal das Brot rein. Und Steak hinterher. So. Ich würde ganz gern. Mua, ist blöd. Ich würde ganz gern einmal schauen. Wegen der Nahrung. Was es da so gibt. Das wäre ganz, ganz super. Da haben wir die normalen Steaks und so weiter. Melonenkerne, Kürbiskerne. Die wären geil. Habe ich leider nicht. Beziehungsweise Kürbis. Kann man das Kürbis was vernünftiges machen? Oh, die Äpfel wären auch extremst geil. Ah cool, kann man Bälle bauen. Das ist auch cool. Aber wie kommt man zu dem ganzen Zeug? Das ist ziemlich schwierig. Obstsalat, geil. Die ganze Früchte, was es da gibt. Aber die gibt es zwar, ja. Aber die gibt es bei mir nicht. Die gibt es einfach nicht da, wo ich bin. Also in dem Gebiet. In dem Biom. Apfelsetzling. Genau sowas bräuchte man hier. Setzlinge. Obstbaumsetzlinge. Ah, das ganze Gemüse, was es da gibt. Aber. Ah. Milch, Wasser und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles. Extrem geil. Sandwiches. Jetzt stelle ich mir aber die Frage. Nehmen wir das da mal mit raus. Item, Baumdatei, Rezept. Ah. Na. Okay, cool. Ist wurscht. Lassen wir das so. Die Hähnchen da mal noch braten. Hier. Ich möchte noch mal kurz schauen. Ich habe hier irgendwo neben dem Diamanten. Habe ich irgendwo. Oder habe ich den gehabt. Ich glaube ich habe den gar nicht mehr. Orangen. Rohstoffnahrung. Den sollte man vielleicht da anpflanzen. Da können wir vielleicht in Zukunft dann noch. Ein bisschen was generieren. Ja. Haufen Steaks. Das ist schon mal ganz okay. Das kann man sich nicht beschweren finde. Darf man sich nicht beschweren. Erlegen wir uns mal schlafen und dann pflanzen wir unseren Orangenbaum an. Aber der wird auch mehr Licht brauchen. Bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt wir werden den natürlich auch oben. Ich habe schon wieder so ein volles Inventar. Ich hasse das. Ich kann das nicht leiden. Jesuitenparke. Was immer das ist. Golderz können wir schmelzen. Das brauchen wir nicht mitnehmen. Die ganzen Geschichten hier. Das ist halt die Frage. Brauchen du es nicht wirklich? Es ist schwierig, wenn du nicht weißt, ob du das brauchst und wie du das verwenden kannst. Ist das schon teilweise schwierig. Redstone. Schwarze Heidelbeere. Bärenbuschnahrung. Na bitte. War doch richtig. Das bringt Farbstoff. Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt mit. Haben wir hier noch irgendwas. Gras. Grüner Farbstoff. Savanne. Violetter Farbstoff. Ok. Rubin. Das Xylit lassen wir da. Diese Geschichte lassen wir da. Steine. Obwohl die Steine kann ich eigentlich. Ich glaube, die waren die, die ich da oben verbaut habe. So lassen wir das einmal so. Die R. Was wir mit R machen, das müssen wir auch noch ergründen. Und erkunden vor allen Dingen. Ach. Weil das war es ja noch gar nicht, was wir mit dem machen. Aber machen wir so eine Bärenbuschabteilung da oben. Das kann glaube ich ziemlich cool werden. So. Das kriegen wir eigentlich. Haben wir wieder wenig Holz mit. Ist natürlich nicht so intelligent. Weil da wenig Holz mit drauf nimmt. Ah nein. Hier haben wir noch mehr als genug. Na bitte. Na bitte. Haben wir doch gar nicht so wenig Holz. Wie wir geglaubt hätten. Haben wir sogar ziemlich viel eigentlich. Wenn wir hier noch Stöcke draus machen. Dann müssen wir das eigentlich dann schon erledigt haben. Das Thema mit dem Holz. So. Ich habe ja sogar hier noch Stöcke. Das heißt. Wir können. Oh lol. So. Hier noch Zäune. Ja. Haben wir hier überhaupt noch alte Zäune. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich werde hier erstmal nur. Einmal für was. Und andere. Mal zum. Durchgehen. Ich möchte es. Mir geht es da echt nicht darum. Dass ich das so mega. Aber ich habe hier nichts mehr verdammt. Okay. Hilft nichts. Ich möchte es hier nur so bisschen. Eigentlich machen. Also. Ich möchte hier gar nicht so synchron. Es geht mir nicht darum. Dass ich es nicht gescheit machen möchte. Aber es geht mir darum. Dass ich es. Wirklich nur. Als das machen möchte. Was eigentlich ist. Ein kleines Beet für meine Obst. Geschichten. Und mehr soll es gar nicht sein. Also. Wie gesagt. Wir brauchen es ja nicht übertreiben. Das hat überhaupt keinen Sinn. Wir haben hier schon. Eine sehr tolle. Quelle. Genau. Einmal hier. Können wir mitnehmen. Wieder. Können wir einmal vorsichtshalber hier einmal rein. Und können wir den hier jetzt so her setzen. Einmal hier. Zweimal hier. Dreimal hier. Viermal hier. Und. Da haben wir so viel vor dem. Das schockiert mich ja fast. Wir bin schon gespannt. Ob das schon reicht. Muss ich schon ehrlicherweise gestehen. Bin mir nämlich nicht ganz sicher. Ob das schon reicht. Es ist nicht wirklich intelligent gemacht. Egal. Hauptsache es ist irgendwie gemacht. Da mit dem verschiedenen Holz. Das gefällt mir auch. Auf den ersten Blick überhaupt nicht gut. Das können wir auch noch einmal kurz. Ausbessern. So. Zack. 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 Bleib stein. Oh. Das schaut schon heller aus. Und freundlicher aus. Auf jeden Fall. Da kann man sich nicht beschweren. Da kann man sich nicht beschweren. Schaut schon mal besser aus. Ich weiß jetzt nur nicht ob das jetzt so passt. Ob das jetzt noch mehr braucht. Oder ob das jetzt schon so okay ist. Das ist halt nur die Frage die ich habe. Oder die ich hätte. Aber da bin ich mir halt nicht sicher. Haben wir hier irgendwas wichtiges weggerissen? Kann das sein? Ja. Jetzt schaut es richtig aus. Schwarze Heidelbeer. Hätten wir den Boden vorher pflügen sollen? Sicherheitshalber machen wir das einfach nur einmal. Genau das passiert dann. Eieiei. Genau das ist dann die Geschichte, wenn wir das machen. Ich habe ja gar nicht so viel Werkzeug hier. Weil die halten nicht lang. Das ist natürlich. Aber vielleicht wächst es dann ein bisschen besser hier. Auf dem Untergrund. Ich weiß es nicht. Ich möchte es aber nicht ausschließen. Wieso ist das so? Wieso ist das so? Eine Pflanze mehr? Okay. Und das hier glaubt ihr, dass das richtig ist? Ist ja wurscht. Ich habe vorher sicher nicht eine Pflanze mehr gehabt. Macht nichts. Jetzt ist es halt so. Passt mir auch gut. Können wir da mal Wasser reinfüllen. Das gefällt mir gut. Also dieses Texture Pack mit dem Shader Pack. Das ist schon ziemlich geil. Müssen wir ja noch mehr Wasser einfüllen. Ich glaube ganz eben war das jetzt hier noch nicht. Schaut nicht so aus. dude. Noch immer nicht. Das ist ja unglaublich hier. Wo habe ich denn das jetzt hingeleert? Ähä, 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 ähä. Noch immer nicht, da hinten rinnt es noch immer, das ist ja der Wahnsinn. Aber da jetzt auch. Oder schaut das noch so aus? Nein, das schaut noch so aus, okay. Dann nehmen wir jetzt einmal von hier mit und dann hier rein und dann müsste das eigentlich eben sein. Hier ist es eben, hier rinnt es noch immer runter. Jetzt ist es eben. Nein, jetzt rennt es da wieder runter. Ei, 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 Freunde. Da passt es besser mit dem Wasser, gell? Jetzt, endlich. Perfekt, 100% eben, super Sache. Ich weiß noch nicht, wie lange das braucht, bis das wächst. Das werden wir jetzt nicht herausfinden. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie gesagt, was wir da oder ob wir da was beschleunigen könnten. Das wird vielleicht nicht so oft durchlatschen. Das wäre sicher nicht so verkehrt. Naja, egal. So, schauen wir ob unten noch was gewachsen ist. Und das haben wir eigentlich gesagt, dass wir das alles hochbringen werden. Das ist noch nicht fertig. Das ist fertig. Da ist noch nichts fertig. Wann gehen wir hier raus? So, ihr könnt es noch ein bisschen züchten. Die fünf Bündel Weizen hier. Kein Problem. Ich glaube, da sind ja schon die ersten Babys geschlüpft. Ja, sonst kann man da jetzt gerade eh nichts wirkliches machen. Aber da oben das optimieren, das wäre... Ihr werdet noch mal ein bisschen googeln. Ich werde mal kurz gucken, nebenbei, nach dem Part, wie man das Ganze vorantreibt. Das wäre nämlich das, was mich ziemlich, ziemlich krass interessiert. Weil, ja, hier Sonne alleine, das kann ja auch nicht der einzige Schlüssel zum Erfolg sein. Ja, und natürlich Knochenmehl, aber Knochenmehl farmen gehen. Weiß ja auch nicht, ob ich das möchte. Auf Dauer zumindest. Eine Zeit lang wird es ganz cool sein, aber auf Dauer... Weiß ja auch nicht. Egal. Gut, Freunde. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schauen wir mal, ob wir ein bisschen irgendeine schlüssige Lösung haben für unser Problem. Ansonsten Dankeschön fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.